so ihr lieben heute startet irgendwie ein bisschen was neu und das werdet ihr wahrscheinlich gar nicht so sehr mitbekommen aber ich habe mich jetzt entschlossen das videobearbeitungsprogramm von magix mit dem ich seit fünf jahren arbeite oder auch mich rum ärgere jetzt endlich über bord zu werfen ich habe die nase voll und alle vorschosslorbeeren und alle bequemlichkeitsgewichtungen wiegen das nicht mehr auf was ich für ärger mit diesem programm habe es hat mich gut durch die ersten jahre begleitet aber inzwischen ist es einfach echt nicht mehr zu ertragen wie dieses programm immer mehr verschlimmert wird es ist instabil es stürzt ab es ist unperformant es führt zu audio problemen und ich habe mich so viel mit mit work arounds beschäftigt und habe tatsächlich zwei lizenzen am laufen weil die end user also die verbraucherlizenz ist einfach besser und intuitiver zu bedienen die pro also die professionelle lizenz hat den besseren renderer und dann habe ich immer von also gearbeitet mit der mit der endverbraucherversion habe das dann portiert auf die pro version um es um es dort zu rendern was aber nicht dazu geführt hat dass zum beispiel die tonprobleme verschwinden und ja auch die portierung hat halt immer wieder für mehr aufwände gesorgt weil dann durch diesen portierungs vorgang formatierungen verloren gehen ich alles neu anpassen musste dadurch wieder fehler im video hatte und so weiter und so fort und ich bin es leid habe mir jetzt gedanken gemacht wie mein nächstes programm aussehen wird es gibt da im prinzip ja nur sehr wenige optionen es hat sich dann viel fokussiert in richtung da vinci resolve und adobe premiere und also premiere letzten endes habe ich mich durch den preis leiten lassen weil adobe da muss man dann schon 700 jahre 700 euro im jahr aufwenden und das finde ich einfach echt verdammt viel geld natürlich bekommt man dann irgendwie das komplette programm mit also nicht nur die video des das videosystem programm sondern eben auch photoshop und alle anderen programme aber es ist halt trotzdem einfach ja ist mir zu viel geld deswegen habe ich mich für da vinci resolve entschieden das lustige ist die haben auch eine version die nichts kostet mit verschiedenen einschränkungen unter anderem kann man zum beispiel videos nicht auf der gpu rendern lassen und da zeit ein wertvolles gutes habe ich mir gesagt okay ich gebe jetzt hier einmalig das geld aus waren dann 300 euro habe mir also die voll lizenz besorgt und habe dann ein video mal test rendern lassen und habe festgestellt hey cpu render vorgang ist schneller als der gpu render vorgang verdammt aber egal ich arbeite da so viel mit und sicherlich gibt es da die ein und andere das ein und andere feature was mir das leben sicherlich dann auch erleichtern wird an der stelle ja lange rede kurzer sinn ich arbeite also jetzt mit einem neuen programm das heißt ich muss mich da echt erstmal einfuchsen weil es ist komplett anders als magix und hat einen komplett anderen workflow komplett andere bedienelemente formatierungen etc pp und ich kann euch noch nicht sagen also wenn euch auffällt dass die übergänge ruppiger sind dass vielleicht irgendwelche hintergründe animationen nicht passen und so weiter und so fort liegt es daran dass ich mich mit diesem programm einfach noch dabei bin anzufreunden also es entsprechend kennenzulernen und das ist ein prozess der ist nicht von jetzt auf gleich getan ich habe mir schon verschiedene tutorial videos angeguckt habe mir so die grundsätzlichen ja elemente angeschaut wie man mit diesem programm eben umgeht wie die arbeitsabläufe sind aber das wird noch etwas dauern bis das so blind zu bedienen ist wie das mit magic ist weil eines muss man natürlich den magix produkten zugute halten die sind von der bedienung her einfach ja idioten sicher ist ein blödes wort aber man kann sie selbst wenn man keine ahnung hat von video bearbeitung kann man sie trotzdem bedienen sind einfach sehr 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 einfach gestrickt und lassen sich fantastisch bedienen wenn die technik von diesen schimpf wort programmen einfach mal funktionieren würde hätte ich auch gar keinen grund zu wechseln weil wie gesagt die sind wirklich intuitiv zu bedienen aber technisch sind diese programme einfach nur katastrophal ja so das war mein wort zum sonntag wort vor wort video vor wort was machen wir heute ich habe hier ein käffchen stehen genauer gesagt ein becher kaffee ein becher tee und ich möchte euch auf der einen seite des insize das aktuelle insize star citizen übersetzen da geht es um flüsse aber das ganze hat auch eine vorgeschichte im rahmen eines insize star citizens das inzwischen ein jahr alt ist dort wurde uns das erste mal über die flüsse erzählt und für alle von euch die zum damaligen zeitpunkt noch nicht dabei gewesen sind oder die das vielleicht auch verdrängt haben werde ich auch noch mal auf dieses thema eingehen und der englischsprachige creator star jump von dem ihr vielleicht schon das ein und andere video gesehen habt er hat ja ganz beeindruckende 3d render videos gebaut von den schiffen vor allem immer verbunden mit so einer kleinen hintergrund geschichte also wirklich wer das noch nicht kennt auf jeden fall mal reingucken das ist fantastisch was er dort gemacht hat ich verlinke das in der video beschreibung bzw den kanal bin ich euch hier rechts oben mit ein und der streamt auch und hat paul jones zu besuch gehabt jetzt würdet ihr sagen auch paul jones da hast du doch gerade schon darüber berichtet ja habe ich aber der hat hier im rahmen dieses interviews auch wieder viele interessante sachen erzählt und ich habe gedacht das wäre doch mal auch ein anlass im rahmen eines käffiens mal auf die verschiedenen inhalte zu gucken und euch zu erzählen was dort der paul jones so von sich gegeben hat also heiß getränk am start und dann geht's los mit dem gemütlichen teil mit dem käffchen und dann im anschluss noch mit der übersetzung des inside star citizens viel spaß so erst mal der gemütliche teil so paul jones ist art director bei cg und der war gar nicht vorrangig bei star jump im stream um über seine arbeit bei cg zu sprechen sondern der hat ein buch geschrieben game artist heißt dieses buch und da geht es um alles was mit den besten praktiken in dieser branche bis hin einfach auch nicht nur die um die technik geht und ja wie man eben als als game artist in die branche einsteigt was die anforderungen sind etc sondern auch wie die arbeitshaltung sein sollte gesundheitsaspekte und gehälter und boni und der star jump der ist selber grafiker natürlich ist es hätte in diese aufwändigen wirklich beeindruckenden videos nicht bauen können der hat gesagt er hat noch nie so ein umfassendes buch gelesen und er hat sich wirklich gerne durchgefressen das scheint wirklich ein sehr sehr gutes buch zu sein wer von euch also der englischen sprache mächtig ist der könnte vielleicht mal einen blick auf dieses buch von paul jones werfen und ja sich durch dieses thema game artist durchwühlen ja paul jones hat erzählt was eigentlich so ein art director macht bei cg das ist sehr umfangreich dort besprochen worden er war insgesamt anderthalb stunden bei star jump im stream aber ich möchte mich im rahmen dieses videos hier wirklich auf die teile tatsächlich beschränken die auch mit star citizen zu tun haben und hier hat er viele interessante kleinigkeiten so erzählt zum beispiel er erzählt über die zusammenarbeit mit chris roberts und chris roberts war schon immer dem 3d aspekt in spielen sehr verbunden also es muss bei ihm wirklich alles endes heavy 3d also schweres 3d will immer die fast endgültige version von geplanten modellen sehen und dann geht man als game artist viel viel weiter als man es normalerweise für ein traditionelles spiel unternehmen für eine traditionelle spielentwicklung tun würde und das kostet natürlich mehr zeit insbesondere dann wenn chris roberts am ende sagt ach nee das gefällt mir nicht irgendwas neues und dann stehen sie da und haben wirklich viel zeit und geld in ein 3d konzept gesteckt was chris roberts dann am ende nicht gefällt und insgesamt sagt er einfach zu dem was sie für star citizen respektive chris roberts entwerfen das ist nicht nur ein 3d modell sondern es ist einfach in der angesichts dessen was er an arbeits an 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 ja expertise einfach mitbringt so detailliert und so genau er sagt das ist eine eine technische blaupause was wir hier entwerfen man könnte das quasi nehmen und und in wirklichkeit in der realität dann entwickeln und die qualität dieser modelle die ist so groß dass es also fast ins lächerliche geht also er meint das lächerlich im sinne es lässt sich schwer übersetzen im sinne eigentlich einer positiven äußerung es ist einfach eine eine unfassbare qualität die in der branche einfach ihres gleichen sucht die dann auch wenn sie ausgeliefert werden einfach so ausgefeilt sind und dann eben noch einfach dieser aspekt dass sie wirklich verschiedene varianten haben und verschiedene layouts pro hersteller also design kataloge einige hersteller sind halt ganz ganz ordentlich wie eben origin und andere sind eben ja das gegenteil drake und sie haben eben den luxus sich selber auch eingeräumt von zeit und budget und budget an dieser stelle heißt eben einfach die ständig fortlaufenden einnahmen es geht ja nicht darum um gewinnen eben zu produzieren sondern das geld wird eben alles wirklich in die entwicklung gesteckt und sie nehmen sich die zeit um diese exorbitante qualität ihrer in diesem fall raumschiff modelle eben auch zu erreichen und deswegen sagte auch star citizen ist nichts was er als traditionell bezeichnen würde sondern er denkt schon dass das wirklich über die vorstellungskraft vieler game artists hinausgeht und ja sie sind deswegen so verstehe ich das auch fasziniert von der vision von chris roberts der immer noch die extra meile gehen will der immer noch mehr push 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 und immer noch mehr herauskitzeln will und das das werfe ich jetzt mal so ein ist ja auch quasi ist auf der einen seite segen weil wir etwas bekommen was es noch nie zuvor gegeben hat aber es ist auch fluch weil dadurch natürlich auch immer wieder diese verzögerungen entstehen im entwicklungsprozess es ist eben die frage was wir haben wollen und ich glaube da wird es niemals einen konsens geben denn als wir in damals dieses pitch video bekommen haben wenn man das mit der heutigen grafik vergleicht das sind natürlich welten die dazwischen liegen und die leute die damals eben geplätscht haben die becker denen hätte das wahrscheinlich vielen davon hätte das genügt so eine grafik zu haben und die hätten jetzt gerne einfach schon das spiel gespielt aber das war chris roberts vision schon immer das beste sci-fi spiel aller zeiten zu machen und diese vision verfolgt er wirklich eisern und ja das ist etwas das kann man hassen das kann man mögen wie gesagt da wird es keinen konsens geben aber letzten endes egal wie man dazu steht ist es doch schon faszinierend welche technischen hürden und unwägbarkeiten und auch innovationen und neue erfindungen sie auf dieser reise und durch dieses ständige immer wieder fordern von chris roberts was die letzten endes erreicht haben das ist schon wirklich faszinierend und das zu begreifen zu ja tatsächlich verstehen gerade wenn man neu als game artist bei sie einsteigt da sagt paul jones dass einige neue teammitglieder teilweise auch schon schwierigkeiten haben das zu begreifen was hier passiert und als erfahrener art director oder creative director oder wie auch immer der titel lauten mag sagt er dann da ist es dann eben auch seine aufgabe diese ja diesen diesen fokus diese vision diese diese arbeitsweise zu transportieren aber natürlich auch immer den blick auf die community zu haben und deswegen auch die frage von star jump in richtung paul jones wie er eigentlich mit der kritik umgeht an der arbeit die er abliefert und welchen rat er einfach an die jungen kreativen game artists grafiker und so weiter hat wie die mit kritik umgehen sollen denn für viele junge grafiker ist es das erste mal gerade auch so direkt und teilweise ja sehr harsche kritik aus der dieser community eben ins gesicht zu bekommen und das ist manchmal ein ziemlicher schlag oder tritt in die magengrube da sagt paul jones dazu dass er tatsächlich derjenige ist der am schlechtesten darin war kritik zu akzeptieren weil es eben einen unterschied zwischen kritik und kritik gibt er sagt dass wenn man in einer traditionellen spiele branche ist dann ist man dieser kritik eigentlich gar nicht so direkt ausgesetzt da arbeitet man eben seinen seinen seine aufgabe ab und das war es aber hier bei cng ist das eben was anderes und wenn man dann sensibel oder empfindlich ist dann ist es schon schwer das auszuhalten und während das bei den jungen kreativen ja nur in anführungsstrichen der kontakt zu den zu der community ist ist es eben in der führungsriege also auf seiner ebene des art directors eben dann nochmal ein neuer schock mit star citizen mit chris roberts zu arbeiten weil der denkt nicht wie ein mensch aus der aus der spieleindustrie ein 1 1 1 1 ein geschäftsführer eines bethesda oder ubisoft oder sowas sondern der ist ein filmregisseur und der ist voll im filmregie modus erklärt paul jones und das hat teilweise feedback gegeben dass er erzählt dass er teilweise dachte er könnte jetzt einfach nach hause gehen und sich für den rest des tages unter die bettdecke legen und einfach nur noch verstecken und das ist schon ja also ich kann mir das vorstellen jemand der so ich kann also aus meinem aus meinem berufsleben meinem arbeitsleben ich habe auch einen menschen kennengelernt der damals das ist schon 20 jahre her bei volkswagen den fand ich faszinierend der hatte einen ganz ganz üblen ruf dass der ständig am ausrasten war und dass der wirklich also die legenden sagen dass er weil sein computer sein neuer computer nicht funktionierte monitor aus dem fenster geschmissen hat und wirklich wutanfälle hatte aber wenn man jetzt nicht mit ihm zusammenarbeiten musste dann war das auch und ich habe mit ihm eine 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 führung mit mitgemacht wo er über seine projekte erzählt hat der war so leidenschaftlich der war so emotional der war eloquent der konnte die leute mitreißen ich habe also bis heute diesen menschen nicht vergessen wie der gebrannt hat für das was der erreichen wollte und ich kann mir einfach gut vorstellen wenn jemand wirklich so ein manager gehen hat und einfach seinen willen durchsetzen will und dann so emotional ist und so leidenschaftlich für etwas brennt und dann etwas nicht funktioniert dass die ausrasten das kann ich mir so gut vorstellen und ich chris roberts denke ich geht genau in diese in diese richtung der brennt für seine vision und der ist emotional aber der kann auch glaube ich ziemlich schwierig zu handhaben sein für die für den management level der ihm eben entsprechend zu arbeitet das muss man mögen man muss damit umgehen können und ich denke dann ist es einfach in diesem sinne eben auch dass ja diese diese vision und das ziel für das man eben arbeitet und dem man dann auch verbunden ist und versteht mich bitte nicht falsch das kann man natürlich jetzt nehmen und und negativ auslegen aber wie gesagt es ist eben auch etwas was notwendig ist um solche ambitionierten ziele eben auch überhaupt zu erreichen und die vergleichsweise niedrige fluktuation von cg zeigt ja dann dem entgegen auch dass da ja auch viele dinge sehr sehr richtig laufen und dass die leute dem dem projekt und ihren führungskräften und so weiter sehr sehr verbunden sind dass sie letzten endes ja auch spaß haben und und dieses projekt ebenfalls leidenschaftlich verfolgen das ist wirklich tatsächlich ein punkt wo paul jones einfach immer wieder rumkreist und sagt er hat er kann einfach nicht mehr zählen wenn sie einen einen auftrag kriegen ein raumschiff zu entwickeln dann entwerfen sie gar nicht nur eine option sondern sie entwerfen drei optionen und dann haben sie einfach eine 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 richtung identifiziert die ihnen wirklich gut gefällt und in diese richtung gehen sie dann los und das haben sie schon mit unzähligen schiffen gemacht wo sie dann gesagt haben also das war wirklich eine schwierige geburt und bei denen einfach alles schief gelaufen ist aber irgendwie haben sie es dann geschafft und es umgesetzt und waren richtig stolz auf ihre arbeit haben es dann chris roberts gezeigt und der hat gesagt oh gott ich hasse das und das ist genauso der der punkt wo wo man einfach dann ja denke ich sein 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 spaß und seine leidenschaft an dem an dem job suchen muss und einfach vielleicht dem auch recht geben weil chris roberts hat eben auch das gefühl dafür was cool ist und was geil ist und ja der hat diesen diesen filmregisseur blick und paul jones nennt es nennt diese praxis das kontrollierte scheitern und das ist etwas was er eigentlich nicht mochte und versucht hat zu vermeiden aber was er jetzt auch gelernt hat bei crg ja damit umzugehen letzten endes einfach gedanklich wieder umzuschwenken das heißt wenn er chris also 20 skizzen gezeigt hat wo er alle wo zu denen er alle sagt die finde ich scheiße die hasse ich dann wieder zurück zu gehen zum zeichenbrett und sich zu überlegen okay was mache ich jetzt wie sieht mein neues konzept aus das führt auch zu schlaflosen nächten aber wie gesagt man merkt einfach auch in diesem interview dass er für seine arbeit letzten endes brennt und dass ihn das auch fasziniert diese dieser detailgrad der schiffsentwicklung für star citizen im rahmen der arbeit mit crg was jetzt verbessert wurde und das ergänze ich mal was man eigentlich auch durchaus merkt ist einfach die zusammenarbeit der einzelnen abteilungen die sind wirklich jetzt besser miteinander verknüpft worden weil früher hat jeder so in einem seinem eigenen kämmerlein gearbeitet und das führte einfach zu einer asynchronität zwischen grafikern zwischen den menschen die fürs gameplay zuständig sind marketing und so weiter jeder hat sein eigenes süppchen gekocht und das hat sich gerade so in den letzten zwölf monaten einfach verbessert weil man sich hier enger zusammengesetzt hat seine projekt zeitpläne einfach abgestillt enger abgestimmt hat natürlich gibt es da immer noch verbesserungspotenzial und gerade wenn man über die großen events spricht wobei ich lustig finde dass paul jones die großen events gar nicht aufzählen konnte er weiß immer es gibt irgendwelche großen events im jahr da gibt es doch irgendwie so diese diese i a a oder i a e oder so er wusste es einfach nicht erst so in seinem in seinem fachthema drin dass das was für uns becker quasi das tägliche leben ist nämlich die xeno thread und jumptown und die intergalactic aerospace expo und so weiter das kennt er gar nicht er ist wirklich voll in seinem in seinem thema drin und das ja geht so ein bisschen entgegen früher habe ich mal gehört dass in den arbeitsverträgen von den crg mitarbeitern drin stehen soll dass sie eben jede woche so und so viele stunden star citizen spielen sollen ich glaube also es halte ich vielleicht war das früher mal so weiß ich nicht ich halte das aber für ein gerücht weil das ist mir schon mal aufgefallen bei interviews das gut hier sind jetzt viel die 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 führungskräfte im interview dass die das spiel und das was für die community dort vom marketing aufgesetzt wird eigentlich gar nicht kennen oder vielleicht haben sie es gehört aber sie sind da nicht sie wissen nur gott jetzt geht es in richtung oktober november jetzt gibt es wieder überstunden jetzt müssen wir wieder ran klotzen oder jetzt kriegen wir wieder irgendwie jetzt rennt chris roberts wieder wie ein aufgescheuchtes huhn durch die gegend und will noch mehr und noch mehr ja aber schon faszinierend das schwierige oder die gute große herausforderung ist dann am ende wenn man so ein schiff gebaut hat und hier wird die kraken als referenz herangezogen dann also die ist ja auch noch nicht fertig sondern wirklich rein in der in dem grafischen konnte in der konzeptionellen grafischen arbeit dann besteht so ein schiff wie die kraken aus 30 millionen polygonen und dann ist eben die herausforderung diese 30 millionen polygonen zu reduzieren in einem ersten schritt auf 500.000 und zwar einfach so weit dass man dass es trotzdem noch gut aussieht aber das eben zu berechnen ist und das ist dann die version die letzten endes in den trailer kommt und im trailer muss das ding natürlich dann auch wieder gut aussehen und gerade die kraken war eine ganz große herausforderung weil sie da tatsächlich nur zu dritt mit drei konzert artists daran gearbeitet haben und da das sind ebenso herausforderungen in dieser arbeit die dann auch teilweise für ja ziemliche schweißperlen auf der stirn sorgen weil das was uns spielern dann vorschwebt an großen schiffen wie gesagt so zu reduzieren dass es immer noch gut aussieht und trotzdem berechenbar ist das sehen wir gar nicht wir sehen immer nur toll großes schiff aber letzten endes haben wir ja auch so eine art versprechen ist es nicht aber dieser diese diese vision diesen diesen traum den wir hier mit einem trailer transportiert bekommen das soll ja am ende irgendwie auch spielbar sein das heißt also diese 500.000 polygone sind ja noch nicht mal das ende des weges von den ursprünglich 30 millionen polygonen sondern das muss noch viel weiter reduziert werden und das stelle ich mir tatsächlich schwierig vor zumal das thema metriken ja auch bei den schiffen von star citizen oder cg einfach was wir vorhin gelernt haben extrem wichtig ist weil jedes schiff eben komplett detailliert ausgestaltet ist das ist nicht so dass man eine außen grafik hat und dann fliegt das da durch den raum und sieht gut aus wie in anderen schiffen nein es muss alles komplett begehbar sein es muss von der innen von innenraum gestaltung her sinn machen muss zur außenhülle passen es muss von der bedienung her sinn machen was der paul jones sagt es ist ja jedes schiff ist ja nicht nur ein schiff ist eine blaupause die man quasi ins echte leben irgendwie übertragen und dann entwickeln könnte mit den ganzen kabeln und rohren und keine ahnung toiletten und werkstatt räumen und kanonierständen und ich weiß nicht was alles navigationsräumen bei den großen schiffen etc bb und das führt eben dann auch für die game artists zu solchen wirklich kleinen fragen wo wir gar nicht darüber nachdenken wie zum beispiel der schreibtisch wie groß ist der passt in den raum wie hoch soll der sein es gibt ja auch andock kragen hier die frage was gibt es für einen abstand zwischen boden und unterseite des schiffes und wie viel platz muss für das eingefahrene fahrwerk eben kalkuliert werden und so weiter und so fort dann haben sie vielleicht ein cooles schiff gebaut für drake was aber eher aussieht wie rsi und dann können sie das auch wieder verwerfen und ja das alles zusammenpasst in korridore cockpit dass das schiff dann auch also dass die metriken so sind dass sie in die bestehenden hangars passen weil auch das muss ja alles wie gesagt das ist ja alles abgestimmt in der zwischenzeit es gibt bestimmte hangar großen zum beispiel die karik ist ja quasi eines der schiffe was gerade noch so in den größten hangar reinpasst dort hat man sich ja auch dann gesagt wir wollen keine größeren hangars haben wenn ein schiff größer ist kann es entweder nicht mehr landen oder muss auf dem landepad landen und solche vielen fragen beziehungsweise vorgaben auch aus diesen katalogen die inzwischen entwickelt worden sind da müssen sich die game artists eben auch dran halten und daran orientieren und dass ja diese entwicklung dieser dieser kataloge und der metriken und all das führt eben auch dazu dass man das wissen wir jetzt alle die schon länger dabei sind die alten designs der schiffe nehmen musste und eben komplett neu entwickeln von der pika auf neu bauen und die vorgaben vom team john crew die ja die schiffe dann eben auch entwickeln nehmen um die dann grafisch komplett von außen nach innen eben zu bauen und metrik klingt immer so einfach aber es geht da ja nicht nur darum zu gucken dass die gänge auch so hoch sind dass man dort als spieler durchgehen kann sondern es geht eben auch immer beim begriff metrik um standardisierung und um die frage haben wir hier etwas man ist als als game artist auch schnell dabei irgendetwas zu bauen weil weil man einfach gerade im flow ist weil man da spaß dran hat aber eben auch die frage haben wir da schon drüber gesprochen oder muss das noch mal zurückgegeben werden müssen wir hier eben einen einen standard finden der dann für das ganze spiel und für die entwicklung zukünftiger schiffe oder für die umarbeitung alter schiffe eben auch gilt und das betrifft alles was man sich vorstellen kann dieses kommt komponenten waffen tische stühle der platz zwischen den objekten dass auch die npcs sich dann auf dem ki nevmash eben bewegen können das ist ja nicht nur so dass es toll aussehen muss dass wir als spieler dort durch zirkeln können sondern die natürlich eine eine ki ist ja nie eine richtige ki sondern immer irgendwo von einem system gesteuert muss ich eben trotzdem auch dort bewegen können und sie wird sich nie so schlank und schlau durch enge gesteckte entitäten durch bewegen können wie wir das als menschliche spieler können und da muss eben auch geguckt werden dass der platz ausreichend ist ohne dass es aussieht wie ein möbelhaus und hier räumt paul jones ein dass sie mit der idee der standardisierung unter metriken ein bisschen spät dran gewesen sind dass sie da ein bisschen zu spät mit angefangen haben diese 3d baukästen sich einfach auch hinzulegen und aus dem man dann schöpfen kann und und zu verstehen dass diese standardisierung nicht bedeutet dass man als concept artist und als als grafiker dann eben seine kreativität eingeschränkt wird sondern ganz im gegenteil dass es einem eigentlich viel mehr freiheit gibt weil man genau weiß wenn man das dann für sich auch verstanden hat in welchem rahmen man kreativ sein kann ohne dass mehr aufwände entstehen ohne dass das das im spiel daneben zu problemen führt und das klingt jetzt lächerlich aber das sind eben lernen prozesse innerhalb von CRG innerhalb dieses wirklich wahnsinnig komplexen projektes was sie hier versuchen zu realisieren folgend der vision von chris roberts und das ist eben auch ein aufgabenbereich von ihm er sagt er muss nicht alles wissen das möchte er nicht und das kann er nicht weil viele großartige ideen eben aus seinem team kommen er muss nur dafür sorgen dass er eben regeln der arbeit kommuniziert und dass er die stärken seiner seines teams erkennt und dann entsprechend verteilt und einsetzt weil er kennt eben auch nicht alle metriken und alle stilrichtlinien und alles das kann er eben auch gar nicht so ein schiff erzählte er und ich denke das ist nichts neues da geht es ja nicht nur um die grafiken sondern auch um die kosten der erstellung und es gibt reale kosten was auf basis der größe und komplexität eines schiffes die erstellung dieses schiffes kosten darf da gibt es einen kompletten plan für und wenn ein schiff ein günstiges einsteiger schiff ist dann kann es eben nicht alle wichtigen magischen dinge tun erzählt er und dementsprechend einfacher und schneller muss es eben auch zu erstellen sein und je höher man in der preisklasse kommt desto komplexer wird das schiff was nicht unbedingt cooler sein muss denn es gibt vielleicht menschen die es gar nicht cool finden mit anderen menschen zusammen zu spielen sondern die eben ja alleine spielen wollen und für die sind eben die kleinen einfacheren schiffe die auch dann günstiger sind in der herstellung und letzten endes dann auch wiederum im verkauf im weiterführenden interview kam dann der paul jones wieder auf die zusammenarbeit mit chris roberts zu sprechen also das ist wirklich etwas was ihn sehr beschäftigt und auch letzten endes steuert denke ich in seiner täglichen arbeit es ging nämlich um die frage wie werden sie eigentlich wenn man sich das was er gerade erzählt hat betrachtet von den gameplay elementen eingesteuert und tatsächlich bekommen sie von john crew eben das konzept und haben dann bestimmte design vorgaben die sie einzuhalten haben entweder weil john crew john crews team sagt so und so muss das eben dann werden und sie haben natürlich dann ihre stil kataloge und design kataloge und so weiter und dann sagt john crew pass auf wir machen das jetzt so a und b und c und dann stellen sie das chris roberts vor und er sagt dann also auch mit den mit den gameplay elementen was man mit dem schiff machen können soll in welchem bereich und so weiter geben sie das chris und er sagt was ist das nee das ist langweilig und im allgemeinen versuchen sie etwas cooles zu machen und dann ist john und paul und alle sind sich einig das ist cool und dann gehen sie zu chris roberts das ist langweilig und das macht man irgendwie neu und das ist eben das wo chris roberts dann auch einfach das gefühl dafür hat eben außerhalb der zuständigkeitsblase oder auch kompetenz und interessensblase in der sich dann john crew bewegt in der sich der paul jones bewegt und wo man dann alles eben zusammen bringt die pioneer ist auch eine anekdote von der erzählt dass es die tatsächlich nicht gab bis eine woche vor der präsentation bzw es gab halt natürlich schon erzählt es gab ein paar grafiken die teilweise nur halb existierten und es gab so ein paar gameplay ideen und er hat dann halt innerhalb von einer woche alles zusammen geschustert und ja dann wurde es vorgestellt und es war dann auch wieder ein verkaufserfolg aber ergebnis ist auch das gameplay gibt es nicht und dementsprechend an dem schiff wird nicht gearbeitet und ja das gibt es einfach noch nicht wobei sie sich jetzt eben überlegen müssen wie das umzusetzen ist damit es dann später in star citizen entsprechend auch funktioniert das hört sich immer chaotisch an aber letzten endes versucht sie natürlich auch durch diese vierteljährlichen patch release zyklen und ja dem was sie dort an prozessen entwickeln in einen arbeitsablauf zu kommen der immer planbarer wird und solche solche unfälle quasi dass man eine woche vor einem großen event dann sagt wir brauchen noch schnell ein schiff dass das nicht mehr passiert dass man auch einfach weiß in welchem rahmen man sich bewegt und dass hier gradliniger geplanter und zielorientierter entsprechend gearbeitet wird dass man weiß was man zum beispiel im nächsten jahr für ein schiff bauen möchte und so eben in den zustand versetzt wird eben ein jahr im voraus dann zum beispiel erste ganz ganz einfache zeichnungen zu erstellen um zu überlegen so in welche richtung wollen wir überhaupt gehen nicht dass man wieder einfach etwas ganz tolles baut und dann chris robert sagt nee finde ich doof finde ich langweilig mach nochmal neu und hier auch tatsächlich schon so lange im voraus mit dem marketing zusammenarbeitet um sich zu überlegen was ist die aussage des schiffes welche käufergruppe spricht es an damit die dann auch eine chance haben sich entsprechende pitches zu überlegen und man hier wirklich hand in hand geht und niemand von der arbeit des anderen überrascht ist das ist wirklich tatsächlich eine große fehler eine große lücke gewesen in den ersten jahren der nicht der entwicklung des spieles sondern der entwicklung von cloud imperium die ja so habe ich den eindruck tatsächlich diese schwierigkeit hatten dass chris roberts eben getrieben war zum einen von seiner vision von diesen versprechen die er gegeben hat wo er auch ich habe das in meinem retrospektiven entwicklungs star citizen entwicklungsvideo ja auch mal beleuchtet der ganz unglaublich viele versprechungen gemacht hat und wo er jetzt getrieben ist die auch einhalten zu wollen aber der halt von spieleentwicklung so verstehe ich paul jones hier eigentlich überhaupt keine ahnung hat und der sein team immer peitscht und und in die richtung bringt und das team muss eben dann versuchen das irgendwie so zu kanalisieren dass es auch umzusetzen ist dass es irgendwie in der spielebranche dann eben auch in der spieleentwicklung auch funktioniert und das ist ein prozess das verstehe ich hier so raus das interpretiere ich hier der hat sehr sehr lange gedauert eben auch den chris roberts zurück zu pfeifen und und endlich mal dahin zu bringen zu sagen pass mal auf ja wir wissen wir haben dich verstanden aber das funktioniert hier ein bisschen anders als ein film irgendwo zu produzieren und ich glaube an dem punkt sind sie jetzt inzwischen angekommen dass sie geplant davor gehen dass chris roberts sich da ein bisschen weiter zurückgezogen hat dass er vielleicht auch sieht es funktioniert und wir brauchen einfach mehr zeit beziehungsweise ich gebe jetzt keine keine zeitangaben mehr das was er früher immer gerne gemacht hat sich nach vorne gestellt und um sich geschossen und ja wir schaffen das und nächstes jahr gibt es gott um 42 und so weiter das gibt es ja alles nicht mehr und ich denke das ist eben auch ein ein lernprozess gewesen an der stelle und paul jones wiederholt oder vertieft das auch noch mal ein bisschen um einfach zu vermitteln zu kommunizieren wie komplex das ist was sie hier bauen dass gerade die großen schiffe mit all ihren gameplay elementen mit ihren gameplay level mit all diesen verschiedenen räumen strukturen und gängen und und kontrollzentren und so weiter dass das teilweise einfach unrealistisch komplexe gebilde sind die dann wieder in also level also das ist wenn man wenn man sich computerspiele nimmt dann 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 sind das teilweise ganze computerspiele die sie hier im rahmen eines eines schiffes irgendwie versuchen zu realisieren die dann wiederum unterwegs sind in anderen komplexen level nämlich im weltraum auf planeten und so weiter und das ist einfach eine unfassbar komplexes ein unfassbar komplexes puzzle rätsel was sie hier versuchen zu lösen und das führt eben dann auch zu diesen und das alles eben auch noch auf multiplayer ebene wir reden hier nicht über über single player sondern es muss ja auch noch alles irgendwie über server client kommuniziert werden synchronisiert werden und so weiter und das ist einfach eine eine unglaublich komplexe sache wo er auch noch mal um verständnis wirkt dass es eben sich immer wieder verzögert weil es einfach etwas ist das noch nie zuvor versucht wurde und wo auch heute noch alle also ja sich viele leute an den kopf fassen und sagen was macht ihr da eigentlich das kann doch nicht funktionieren und mein verständnis ist dass sie tatsächlich auch aus dieser haltung das kann doch nicht funktionieren und das schafft ihr nie so eine art trotz entsteht der branche zu zeigen doch es funktioniert und dass sie darauf ist auch so ein teil ihrer motivation ziehen und sagen ja das ist geil und wir schaffen das und wir werden euch beweisen dass wir es schaffen ja genau das war es im prinzip so auszugsweise aus den star citizen cig teilen dieses interviews sich sehr 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 interessant fand diese anderthalb stunden den paul jones zu lauschen ich verstehe ihn aber nicht so dass er jetzt den rest seines lebens verhaftet ist sondern der ist ja auch dabei mit seinem bruder er hat nicht nur dieses buch geschrieben sondern er hat ja auch seine eigene spieleschmiede gerade gegründet ganz ganz klein independent dass er aber auch dort schon seinen nächsten schritt sieht dass er also irgendwann auch sagen wird so cig habe ich jetzt genug begleitet und auf den sattel geholfen jetzt mache ich mir mein eigenes ding aber paul jones ist einer der köpfe wo wir sehr sehr dankbar sein können dass er dabei ist und dass er weiß ob trotz aller schlaflosen nächte trotz alles frustes trotz auch allem was er lernen musste im umgang mit dieser situation dass er seine expertise hier reingebracht hat und dass er gemeinsam mit seinen anderen kolleginnen und kollegen auf dieser führungsebene es auch geschafft hat hier spielbranchen prozesse zu erdenken zu etablieren und auch chris roberts so ein bisschen in seine schranken zu weisen und zu sagen pass mal auf mein lieber das ist dein zuständigkeitsbereich und wir machen das und du machst das und wir müssen alle irgendwie zusammenarbeiten und ich glaube das ist tatsächlich ein nicht zu unterschätzender prozess der eben auch ein teil dessen ist weshalb sich das spiel so derart verzögert hat und ich hoffe dass sie eben diesen mut und diese motivation beibehalten das spiel weiterzuentwickeln und ja einfach professioneller werden an der stelle und er sagt ja auch dass wir dass sie früher viel crunch phasen hatten aber dass sich das eben auch deutlich entspannt hat nachdem sie jetzt in den letzten monaten immer mehr und mehr in diese patch zyklen und und die geordneten prozesse und design kataloge und so weiter reingekommen sind alles so sachen die wir als community gar nicht verstehen und und sehen können letzten endes weil uns diese einblicke fehlen und insofern bin ich sehr sehr dankbar über solche interviews die ja eher selten waren in den letzten monaten auch insbesondere seit dem weggang der ursprünglichen crew ben lesnik war ja noch so einer der urgesteine der auch gerne mal einen blick hinter die kulissen hinter die gardinen gegeben hat hinter die vorhänge da hat es ja wirklich maulsperren gegeben und ich weiß nicht ob paul jones das darf oder ob er sich selber sagt ist mir egal aber ich finde es einfach sehr sehr spannend und eigentlich auch sehr sehr wichtig solche informationen zu bekommen und zu verstehen was da eigentlich hinter den kulissen passiert und ja kein mensch ist perfekt und wie gesagt ich halte chris roberts für einen extrem schwierigen menschen aber eben auch für einen menschen ohne dessen vision und emotion und auch fähigkeit menschen einfach über die grenzen des möglichen hinaus ja dazu zu bewegen noch mehr rauszuholen also immer noch weiter zu gehen und die 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 letzte meile zu gehen und einfach über das hinaus hinaus zu gehen was eigentlich theoretisch kenntnisstand heute möglich ist dann eben dann doch das umzusetzen was er sich vorstellt und das wird der der grund dann auch sein oder das ist einfach auch der aspekt weshalb ich denke sie sie haben schon so viel geschafft sie werden auch das noch schaffen diese geschichte mit quantum und mit dem software mashing und so weiter und ich bin da eigentlich froh und mut ist auch wenn ich selber im moment überhaupt keinen bock habe auf star citizen und weil mich das spiel einfach nur noch frustriert im moment und ich da keine keine lust zu habe denke ich schon dass es am ende zu etwas wird an dem alle spaß haben werden aber ja wie jared das mal formuliert hat es wird jetzt erstmal wirklich alles reingepackt was sie haben und das ist frustrierend und es macht dann teilweise auch keinen spaß aber erstmal wird es entwickelt in seiner kompletten komplexität und dann wird es am ende zurückgebracht an den punkt an dem es spaß macht aber das ist dann ja auch so die beta phase wenn alle elemente da sind und dass sie sich dann angucken so wie können wir denn die gameplay elemente so gestalten dass sie dann eben auch wieder spaß machen das muss jeder für sich selbst entscheiden ich spiele im moment andere spiele die mir spaß bereiten und verfolge mit einem auge eben die entwicklung hier weiter ja und ansonsten gibt es noch die verse night mit mitsch und mir jeden zweiten dienstag im monat wo ihr uns fragen stellen könnt und wo wir auch die entwicklung diskutieren und betrachten von star citizen und das ganze mit mit ein wenig entspannter musik und bildern aus dem verse unterlegen um ja so eben auch zu zeigen wo der stand der grafischen entwicklung im moment ist so apropos grafik ich würde sagen mit dem teil schließen wir jetzt ab und jetzt gehen wir mal rein in das thema flüsse hier haben sie uns in einem inside star citizen des januar 2021 erzählt dass sie bisher das problem hatten dass die prozedural gelände oberflächen planeten oberflächen und oberflächen nur bedingt dazu geeignet waren um dort prozedural die outposts zu verteilen weil die gelände oberfläche sich nicht automatisch angepasst hat die war statisch und man hatte sorge einfach dass das ja dieses mesh zu zerstören also diese diese planeten selber das ist ja auch etwas was technisch nicht ganz einfach zu realisieren ist aber sie haben eben dann doch es geschafft dass die oberfläche dann angepasst werden kann vom planeten ohne das planeten mesh damit aufzureißen und hierzu werden werden bounding boxen verwendet die um diese outposts gelegt werden und wenn man dann diesen outposts auf das gelände eben setzt dann glättet sich das gelände drum herum ohne dass es jetzt zu clipping der gelände oberflächen führt und es muss ja weiterhin auch noch natürlich aussehen und es muss so aussehen als wäre das in die umgebung eingebettet worden ohne dass es eben also es soll natürlich wirken weiterhin und der will hayen oder hayen ich weiß gar nicht wieder ausgesprochen wird der hat sich mit dieser geländeflächungs technologie beschäftigt und er hat sich dann überlegt moment mal wenn ich die das gelände umgestalten kann für outposts dann könnte ich doch damit eigentlich auch ein flussbett erstellen mit dieser technologie und von diesem punkt ausgehend hat er sich dann mit dem thema flüsse beschäftigt hat also erstmal damit begonnen gedanklich von seiner von seinem konzept her ein fluss hat ein ausgangspunkt also eine quelle der ort wo das wasser eben aus dem boden entspringt und er hat ein system entwickelt das dann automatisch beginnt den weg zu berechnen den das wasser fließen würde das geschieht in mehreren schritten das system schaut sich also an die die richtung aus der das wasser kommt und macht dann einen schritt in richtung dieser fließrichtung dieser dieser theoretischen fließrichtung des wassers und berechnet dann einen bogen aus punkten denn dass der fluss soll ja nicht irgendwie geradeaus wie so ein kanal fließen und diese prozedur geht immer weiter immer weiter so dass man dann eben einen fahrt enthält mit eben einem fluss da drin also mit einem das ist also ein schöner gewundener fahrt ist dem dieser fluss dann folgt in dieser grafik hier da sehen wir einen weißen punkt und das liegt daran dass der tiefste punkt des bogens tatsächlich höher war als der ausgangspunkt des wassers zu beginn und hier muss man dann eben ein bisschen nachhelfen und dafür sorgen dass dieser punkt der zu hoch liegt dann eben auch wieder entsprechend weiter unten liegt ist also eher ein visuelle anzeige punkt in die berechnung mit rein fließt nicht nur der weg des wassers von seinem ausgangspunkt hinab oder bis hin zu einem zielpunkt sondern auch die menge des wassers die fließen wird und das führt eben auch zu der möglichkeit zu berechnen gibt es zum beispiel zwei flüsse die aufeinander treffen dort werden dann eben diese werte entsprechend kumuliert so dass dann eben dort ein breiterer fluss entsteht mit einer größeren geführten menge an wasser und was hat das alles mit der geländemodifikation zu tun die eigentlich entwickelt wurde für die outposts das zeigt uns will hier wenn er nämlich jetzt die grafik des wassers entfernt dann sehen wir das flussbett das heißt dort wo das system diesen fluss berechnet verändert das system oder nutzt das system dieses geländemodifikationstool um dort ein flussbett einzuprägen in die oberfläche des planeten und das ist jetzt erstmal keine große hexerei technisch wo er hier vor einem jahr noch die probleme sah das waren eben tatsächlich dann auch die wasseranimationen das heißt so ein fluss im gegensatz zum stehenden wasser hier wurden die die wassermesches und shader von den aktuellen ozeanen genommen das möchte man natürlich nicht sondern flüsse haben verschiedene farben sie haben verschiedene fließgeschwindigkeiten und das musste dann eben komplett neu entwickelt werden so dass das eben auch vernünftig aussieht außerdem gab es auch noch gar keine pflanzen jeder fluss hat eine einzigartige ja es ist einzigartig gewachsen man will da also nicht irgendwie die büsche und bäume hin pflanzen die man sich gerade von vom waldstück aus aus hörsten irgendwie gegriffen hat sondern sollte eben auch dann entsprechend zu der natürlichen umgebung eines flusses passen mit schilf etc aber hier in der demo hat er eben auf bestands assets zurückgegriffen von wäldern hörsten stichwort und hat so uns visuell gezeigt wie so ein fluss aussehen kann und genau an diesem punkt ist man jetzt offensichtlich man hat da ein bisschen länger dran gearbeitet als man geplant hat im letzten jahr im januar 2021 hat er noch geäußert ja wir werden flüsse eher früher als später kriegen aber dieses früher als später ist natürlich relativ zu sehen ich weiß es nicht ob januar 2022 zwölf monate später oder 13 monate 14 märz haben wir ja schon ob das jetzt eher später oder eher früher zu bewerten ist ich hätte jetzt gesagt dass in meinem zeitgefühl nachher ist es eher später aber wir sind jetzt an einem punkt wo sie diese wasser meshes und shader und so weiter für flüsse fertig haben wo sie die erste vegetation ja den ersten vegetations baukasten fertig haben und genau das wird jetzt im nächsten patch dann als einzelner fluss implementiert also es ist nicht so dass jetzt plötzlich alle planeten flüsse haben werden sondern es ist die erste iteration wo man wo sie ausprobiert ob und wie sich ein fluss in die landschaft einfügt und das ergebnis dessen und was wir erwarten dürfen das wird uns im aktuellen inside star citizen erzählt was ich euch jetzt noch einmal im detail übersetzen werde flüsse sind mehr als nur wasser sie sind ein ort zum erforschen sie sind ein ort an dem du was zum ernten findest harvestable ein ort der vom visuellen aspekt her prägend ist für die umgebung und der allererste fluss wird in alpha 3 17 durch die hügel von microtech verlaufen seit letztem jahr um diese zeit hat sie die begonnen flüsse von einer hübschen tech demo hin zu etwas zu entwickeln was sie veröffentlichen können und sie dachte sie wären bereit flüsse in alpha 3 16 reinzubringen aber sie bemerkten auch dass sie noch ein paar änderungen vornehmen mussten um sie wirklich dort hin zu bekommen die flüsse wo sie sie haben wollten um sie dann entsprechend veröffentlichen zu können sie begann damit die gesamte objektverteilung zu überarbeiten und bei der verteilung von diesen objekten auf den planeten eine höhere leistung dann eine höhere performance zu haben einer der wichtigsten punkte die will verbessern wollte war die erhöhung der dichte der vegetationsdichte um die flüsse herum aber ohne die globale dichte der objekte zu erhöhen und das war knifflig das brachte ihn dazu an on demand spawn punkten zu arbeiten also auf anforderung spawn punkten ein system bei dem crg dem biom bilder eine position übermitteln kann und automatisch die entsprechenden objekte an dieser stelle dann verteilen wird die on demand spawn punkte werden nun prozedural entlang des flusses und rund um das flussbett platziert eines der wichtigsten dinge die sich hinzufügen mussten waren dressing presets also design voreinstellungen mit denen sie bestimmte objekte um orte wie flüsse herum hinzufügen konnten und sie mussten auch das fluss mesh von grund auf neu erstellen was die erstellung von spline meshes beinhaltet was viel zeit in anspruch hat spline das ist die mathematische kurven berechnung mit der es möglich ist eben diese meshes der flussoberfläche eben auch in den kurven des flussbettes dann visuell darstellen zu können und diese technische herausforderung der spline meshes das hat dann leider dazu geführt dass sie alpha 3 16 verpasst haben aber dafür ist es umso besser weil sie an all den verschiedenen interaktionen zwischen dem spieler und den flüssen gearbeitet haben zum beispiel ab alpha 3 17 können wir jetzt in flüsse und meere hineingehen solange wir einen helm tragen wir können unter wasserforschung betreiben wenn wir unseren helm aufbehalten wir ertrinken nicht was ja auch sinn macht wir können jetzt mit dem graph left bike sowohl über meere als auch über flüsse hinweg schweben ohne einfach hindurch zu fallen und zu explodieren außerdem gibt es am flussrand ernte materialen harvestables was wir erforschen und einsammeln können außerdem wurde an einem wasserreflexionssystem gearbeitet das heißt ein strahlendes licht wird vom wasser reflektiert wie in wirklichkeit sowohl auf objekte über wasser wie hier unser schiff oder eben bäume oder felsen als auch auf die oberfläche darunter also das flussbett das ist ganz neu und jetzt hier für die flüsse bei den ozeanen hatte man noch keine gelegenheit sich dieses system anzusehen aber wir können hier in den kommenden patches verbesserungen erwarten die nächste große verbesserung an den flüssen das werden die ja schwebe bereiche sein so dass wir dinge in den fluss werfen und dann beobachten können wie sie hinunter fließen und es wird arbeiten am laubschäder geben der nicht nur die flüsse sondern auch die planeten abwechslungsreicher und entsprechend der saison gestalten wird frühling herbst winter für die zukunft wünscht sich will dass ein artist einen planeten erstellt und sagt okay ich bin zufrieden die höhe passt und jetzt lasst uns mal ein flusssystem dort implementieren aber crg ist noch nicht ganz so weit jeder fluss ist vielleicht ein oder zwei kilometer entfernt aber wir brauchen eben hunderte von flüssen pro planet ohne dass man überhaupt als artist darüber nachdenkt die müssen auf knopfdruck vorhanden sein dieser einzelne einsame fluss in alpha 3 17 der hat keinen missionsmarker oder quantum travel marker mit dem wir ihn finden können sondern wir müssen eben dann ein bisschen exploration betreiben und schauen wo dieser fluss zu finden ist und will hofft dass dieses video vielleicht eine kleine hilfe beim finden dieses flusses ist ja und jared sagt dass die river tech die fluss tech mehr ist als nur das hinzufügen von fließendem wasser auf der planeten oberfläche es ist die kollektive zusammenstellung von meshes und shadern erosion blattwerk die überquerungsmöglichkeiten über unter und durch die oberfläche und es ist der vorbote von dingen wie lavafeldern und straßen und so viel mehr als nächstes werfen wir in dieser woche einen blick auf die bevorstehenden bemühungen zur verbesserung des reputationssystems in alpha 3 17 und darüber hinaus crg hat gerade nine tails xeno threat und jumptown getestet die spielerinnen und spieler scheinen diese dynamischen ereignisse wirklich zu genießen sie führen kopfgeldmissionen durch sie führen attentate durch all diese dinge und crg ist wirklich begeistert davon als designer ist es ziemlich schwierig sich das anzuschauen und nicht all die kleinen dinge zu sehen die sie tun können um es besser zu machen um diese gameplay lücken einfach zu verbessern und das gesamte erlebnis großartig zu machen um das zu erreichen werden sie in naher zukunft einige neue features in das reputationssystem einbauen mit dem aktuellen reputationssystem sind alle unsere beziehungen zu npcs statisch das bedeutet dass wir uns mit kriminellen weder anfreunden können noch mit gesetzes hütern verfeinden können wenn wir jemanden erschießen dann kann eine einzige kugel dazu führen dass alle um uns herum plötzlich die hölle auf uns herabregnen lassen und das kann eine ziemlich schlechte spielerfahrung sein crg wird versuchen dieses problem auf vielfältige art und weise zu lösen sie werden versuchen den ruf und die feindseligkeit zu steuern es geht also darum wie npcs auf uns reagieren und wie wir sie sehen je freundlicher wir sind und je mehr sympathie sympathiepunkte wir bei den npcs einer bestimmten organisation entwickeln desto mehr werden die ihre meinung über uns ändern wir können missionen oder inhalte für nine tails erledigen wenn wir einen bestimmten punkt in ihrer reputationsleiste erreichen dann werden sie aufhören auf uns zu schießen sie werden uns vorbeilassen und schließlich vielleicht sogar anfangen uns zu beschützen wenn wir anfangen strafverfolgungsbehörden anzugreifen und viele straftagen zu begehen dann werden die sicherheitskräfte von crusader ab einem bestimmten punkt anfangen uns zu jagen und direkt vor ort anzugreifen anstatt darauf zu warten dass wir ein verbrechen begehen um zu verhindern dass uns leute angreifen wenn wir nur eine einzige kugel abfeuern plant crg für die etwas fernere zukunft etwas was dazu führt dass eine organisation uns erst angreift wenn wir innerhalb dieser zone dieser organisation uns befinden dass wir eine bestimmte schwelle überschreiten müssen damit sie uns angreifen crg möchte nicht dass dieser ruf global ist damit die spieler dieses system nicht missbrauchen können exploits verwenden können aber sie wollen dass es ein kleiner vorteil ist wenn wir uns mit leuten einer bestimmten organisationszone nenne ich es mal anfreunden in alpha 3 17 werden diese änderungen für uns spieler weitgehend noch nicht sichtbar sein im moment geht es eher darum den entwicklern die features und die werkzeuge an die hand zu geben damit sie die inhalte die wir spieler und die entwickler dann wirklich wollen in 3 18 und darüber hinaus dann eben entwickeln und im spiel implementieren können also dass wir die als spieler dann auch zur verfügung gestellt bekommen und mit diesen neuen inhalten kann crg dann zum beispiel in den xenothread events dafür sorgen dass wir tatsächlich auf der seite der xenothreads stehen können anstatt nur andere spieler zu trollen außerdem kann crg damit in jumptown einige der löcher stopfen durch die spieler das system ausnutzen können indem sie sich eine schnelle verbrechensstatistik holen wird hier erklärt nachdem sie bereits ihre pakete ausgepackt haben und nicht mehr gegen andere kämpfen müssen um ihre drogen zu bekommen und das ermöglicht es crg auch viele unserer bestehenden inhalte für die legale seite zu nehmen und kriminelle missionen zu machen so dass es langfristig tatsächlich inhalte für kriminelle im spiel gibt die nicht nur mit diesen events zu tun haben und natürlich kann crg mit zusätzlichen dynamischen ereignissen die in der zukunft dann ins spiel kommen werden von anfang an auf diese weise erstellen mit dieser funktion kann crg sagen bei diesem event wird diese fraktion gegen die andere fraktion antreten und die spieler können auf diesen seiten dann dauerhaft eben für die jeweilige fraktion eintreten ja so weit so gut also ein einzelner einsamer fluss dann im nächsten patch ich bin sehr gespannt drauf und denke einfach auch dass hier wir in der nächsten zukunft also sprich in der nächsten patches dann auch mehr flüsse erwarten können dürfen hoffe ich jedenfalls und das reputationssystem da bin ich auch mal gespannt drauf wie sich das dann auf das spielerlebnis in star citizen auswirken wird vielen dank fürs zuschauen ich bedanke mich bei meinen unterstützern auf tipi.com die den ein oder anderen euro geben für die arbeit die in diese videos fließt für mich mein highlight war wie gesagt das interview mit paul jones der blick hinter die kulissen die persönliche meinung wie steht ihr zurzeit zu star citizen seht ihr es eher wie ich und sagt naja mal abwarten was kommt oder seht ihr es eher wie psychshot der sagt ich bin zufrieden ich finde das cool ich spiele gerne star citizen übrigens schaltet ein auf twitch.tv slash psychshot der streamt regelmäßig nach streamplan gerne auch mal vormittags schaut auf jeden fall mal rein wenn ihr euch über das aktuelle gameplay von star citizen erkundigen möchtet damit beende ich jetzt mein video wünsche euch ein sicheres wochenende und wir hören und wir sehen uns dann beim nächsten video bis dahin viel spaß bis dahin viel spaß bis dahin viel spaß bis dahin少 und noch 0 bis dahin bis dahin bis dahin Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020